Hallo Backfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute klären wir, was genau Zöliakie ist. Also bleibt dran, dann starten wir direkt ins Video rein. Zöliakie wird auch glutensensitive Enteropathie genannt. Das ist eine Autoimmunerkrankung, bei der der Körper auf das in Getreidesorten enthaltene Gluten reagiert. Ja, vorkommt das Gluten zum Beispiel in Weizen, Gerste, Roggen, Dinkel. Was viele gar nicht wissen, Dinkel ist eine Urform vom Weizen und deswegen hat es natürlich auch Gluten. Also es gehört genau zu dieser Gruppe an Getreidesorten. Deswegen nicht verwechseln, manche denken dann immer, Dinkel wäre glutenfrei. Ja und die Menschen, die eben Zöliakie haben, die reagieren auf dieses Gluten und zwar schon in Spuren. Das löst eine Entzündung im Dünndarm aus. Woher die Zöliakie kommt, das ist gar nicht so genau bekannt. Man geht davon aus, dass es auf genetische Veranlagungen zurückzuführen ist und verschiedene Umweltfaktoren darauf auch Einfluss haben. Es gibt da wohl auch verschiedene genetische Varianten, die das Risiko erhöhen, dass man an Zöliakie erkrankt. Aber es heißt nicht, dass wenn du diese genetischen Voraussetzungen hast, dass Zöliakie auch bei dir ausbricht. Es gibt es auch sehr häufig, dass eben Zöliakie auch vererbt wird. Das ist auch eine Erbkrankheit daher. Das heißt aber dennoch nicht, dass ein Kind von einer Mutter, die zum Beispiel Zöliakie hat, unbedingt Zöliakie bekommt. Also es ist kein Muss. Kommen wir nun zu den Symptomen von Zöliakie. Diese können echt ganz unterschiedlich sein. Sie können von Haarausfall, Magendarmproblemen, bei Kindern auch die fehlende Gewichtszunahme sehr, sehr unterschiedlich sein. Also zum Beispiel Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Diese ganzen klassischen Symptome, die können da auf jeden Fall vorkommen. Aber es gibt auch nicht Magendarm bezogene Symptome wie Müdigkeit, Unwohlsein, Stressanfälligsein. Das können natürlich auch Symptome bei Zöliakie sein. Es gibt auch den einen oder anderen, der Probleme mit Gelenkschmerzen hat. Und sehr viele leiden auch unter Problemen mit dem Hautbild, also mit Akne oder anderen Problemen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr häufig so. Doch wie kann man jetzt herausfinden, ob man Zöliakie hat? Also erstmal ist es natürlich wichtig, dass man bei Symptomen zum Arzt geht. Und der Arzt kommt dann heutzutage in der Regel auch schon eher mal selber darauf, auf Unverträglichkeiten zu testen oder auf Zöliakie eben. Das wird dann in der Regel klassisch gemacht, dass man ein Blutbild nimmt, worüber man nachweisen kann, ob man eben das Gluten nicht verträgt. Und dann wird noch zusätzlich eine Dünndarmbiopsie gemacht, wo Gewebeproben entnommen werden, um zu sehen, ob der Darm geschädigt ist und in welcher Stufe der Darm schon geschädigt ist. Das heißt, man schaut, ob die Dünndarmzotten, die eigentlich dafür auch verantwortlich sind, dass man die Nährstoffe aufnimmt, noch vorhanden sind oder in Weit, die schon abgebaut sind, weil das ist dann natürlich extrem schädlich. Das wird dann in diese Stufen, die heißen Marschgrade, eingeteilt. So wird dann eben festgestellt, ob man Zöliakie hat und in welchem Stadium. Wie behandelt man Zöliakie? Also wenn man die Diagnose Zöliakie erhält, ist das natürlich erstmal extrem krass, weil du von heute auf morgen darauf achten musst, dass du keine Spuren mehr von Gluten aufnimmst. Das ist tatsächlich auch die einzigste lebenslange Behandlung, die es bei Zöliakie gibt. Du musst dich glutenfrei ernähren, schauen, dass die Produkte, die du konsumierst, glutenfrei sind, dass da keine Kontamination stattfindet, egal ob außer Haus oder zu Hause. Das heißt, man muss sein ganzes Leben umstellen und da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Tipps online auf Blogs. Da werdet ihr, wenn ihr jetzt neu mit dem Thema konfrontiert seid, auf jeden Fall fündig. Es gibt zum Beispiel auch den Zöliakie-Austausch. Ihr findet bei uns natürlich auch relativ viel Content, weil das Problem ist auch gerade immer, dass man zum Beispiel solche Dinge wie Backen in Glutenfrei dann nicht so gut hinbekommt. Und da können wir natürlich sehr viel helfen und Tipps geben. Wir haben ja auch eine Community. Ich versuche dementsprechend rund um das Thema Glutenfrei leben immer wieder Tipps zu teilen. Wie gesagt, es gibt leider da keine Heilung von dieser Zöliakie. Aber wenn du dich glutenfrei ernährst, dann bauen sich die Darmzotten wieder vollständig auf und du wirst dich halt eben viel, viel fitter fühlen. Dann ist die Krankheit immer weniger schlimm. Ja, wenn so eine Zöliakie unbehandelt bleibt, das heißt, wenn du dich eben dann nicht in der Ernährung umstellst, dann kann das zu schwerwiegenden Symptomen führen, eben zu schwerwiegenden Krankheiten wie Krebs, Mangelernährung, wodurch du dann keine Nährstoffe mehr aufnimmst und letztendlich dein Energielevel gar nicht mehr erreichst, was sich auf Psyche etc. niederschlägt. Also das ist wirklich so, dass das wirklich ein Muss ist, wenn das erkannt ist, dass du dich dann auf jeden Fall an diesen Ernährungsplan hältst, weil damit leider wirklich nicht zu spaßen ist. Da muss man wirklich strikt bleiben, sonst hat man hinterher das Nachsehen. Ja, zusammenfassend kann man sagen, Zöliakie ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe das jetzt nur mal hier ganz kurz versucht, so zusammenzufassen. Es ist natürlich noch viel, viel breiter, man kann da viel tiefer noch reingehen. Es gibt sehr viele Facebook-Gruppen, es gibt die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, die da hilft. Also wenn man zöliakiert, kann man auch dort eintreten. Dann wird man dort auch immer informiert. Ja, es gibt sehr, sehr viel Hilfestellung. Es ist wichtig, dass wenn man zöliakiert, sich auch ein bisschen damit auseinandersetzt, ein bisschen tiefer reingeht, gerade auch vielleicht als Eltern, wenn die Kinder Zöliakie haben. Natürlich muss man lernen, damit umzugehen. Das heißt, sich beim Backen umstellen, sich Tipps holen und dann ist das ganze Leben auch viel, viel einfacher. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr am Anfang zum Beispiel nicht so viel backen wollt, auf Bäckereien zum Beispiel zurückgreifen, die online versenden. Da gibt es zum Beispiel die Meisterei, das ist meine Bäckerei. Da könnt ihr euch glutenfreies Sauerteigbrot, verschiedene Brötchen und natürlich glutenfreie Mehlmischung, um damit mal zu starten, nach Hause liefern lassen. Mit dem Code ROBERT10 könnt ihr da auch bei der Bestellung 10% sparen. Ja, schreib doch gerne mal unten in die Kommentare, wenn du Zöliakie hast und wie das bei dir diagnostiziert wurde, seit wann du Zöliakie hast, was es für Symptome gab. Das würde mich sehr, sehr interessieren und wird sicherlich auch viele aus der Community interessieren. Ich würde mich freuen, wenn du da dementsprechend mit unterstützt und die Community informierst. Abonnier gerne den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ofenfrische Grüße, dein Robert. Ciao, ciao.